wir haben schon zwei auf der geisterwächter uhr lieber nein okay immer noch kontrollt ist immer noch kontrollt ich sehe keinen grund ich meine die situation draußen ist geklärt und sie wurde innerhalb von zwei sekunden geklärt okay you do it mit standard effekt fühlst du wieder zwei segmente an und damit man dann befriedigenden klicken öffnet sich das schloss und du kannst die schwere tür auf schwingen ist ein bisschen anstrengung darin denn sie ist nicht sehr gut geölt und drin liegt säcke über säckeweise geld mehr als eine person tragen kann freut sich erst mal und gibt ein leises von sich steckt mit flinken fingern ihren dietrich weg und winkt dann ascha heran so viel geld drehe ich um ich tue es an deinen rucksack also so viel so viel du tragen kannst ich sage bescheid ja ascha ist schwer beladen ich werde es darauf verzichten irgendwie hier laut für die für die säcke abzuzählen sagen wir einfach zusammen können die tragen er bestimmt auch ein rucksack oder so dabei oder einfach nur schweren sack auf dem natürlich ein grünes ein grünes geld symbol aufgedruckt ist nein sorry jetzt kann er seine rüstung abwerfen ja punkt ist einfach nur ein sack und ihr kriegt das zu zweit geschultert nach einer oberflächlichen zählung sind diesem safe 12 coin ich erkläre es an der stelle kurz also wieder so ein metakonstrukt ein coin ist die menge ist die kleinste menge geld die irgendwie sinnvoll für euch verwendbar ist und das ist eine ziemlich große menge ein coin ist in etwa so viel etwa so viel wie ein kleiner laden in einer woche einnimmt wenn alles was kleinere beträge wären ist etwas dass wir einfach nicht tracken weil es mal das zufrieden und so unwichtig wird kommen sind halt das womit ihr wirklich mit geld irgendwie umgehen könnt gut ihr beide wollte dann zu den anderen runter viel hoch oder runter die anderen sind unten runter ok aber natürlich erst mal den fluchtweg ausspälen pass auf den unten auf dem treppenhaus liegt nur der bewusstlose der bewusstlose rettisch gut dann versuchen wir dass wir uns aus dem stopp machen und kein problem ihr kommt runter zu den anderen in der bar ist man mittlerweile wieder relativ ausgelassen hier hat von oben auch die musik die ob die musik hat oben aufgehört ihr seid allerdings durch das treppenhaus hindurch bevor bevor irgendwelche schaulust in dem treppenhaus auftauchen unterdessen ist die verarztung unten auch fertig geglückt beendet melvin was glaube ich packt seine packt seinen kochner wieder ein also nur eine kleinigkeit haben schlimmeres gesehen keine sorge da kommst du durch dann will er dir irgendwie die linke hand greifen die aufzuhelfen merkt dann haha das ist ein verletzter arm und wechselt noch mal hin die hand in der die tasche hat um wieder vom tisch runter zu helfen wir sehen was dazu dass wir wegkommen ja er hat oben schon mal sauererei gemacht wir müssen verschwinden macht sie mich hier mit ihnen das war sehr gute arbeiten und sieht gleich wieder viel besser aus wir sollten jetzt durch die schluss noch für euch doch immer wieder gerne er wird schließlich gut genug gut die anderen kommen wie gesagt gerade rein mit mit geld säcken beladen er hört sich bis hierhin klimpern ich würde jetzt nicht in die taverne laufen aber steht nicht ein anderes weg nach draußen gibt es nicht ach so okay also dass das treppenhaus führt in den schankraum ich hatte mir das bisher als außen treppe vorgesehen doch klar es gibt auch eine außentreppe ich dachte auch es gibt zwar es gibt die außentreppe es gibt die innen treffe ich dachte auch nicht mehr über die außen treppe rausgegangen und okay gut gut zu wissen cool ich wünsche ich hätte gerade gezeichnet egal dieses kind ist jetzt in den brunnen gefallen punktes machen wir es kurz ja ihr könnt euch alle sammeln ich komme nach draußen jack um eine ablenkung scheint nicht mehr wirklich sind zu sein weil sie scheinlich gebraucht zu werden kommen in der mülltonne hervor muss doch ganz furchtbar stinken allerdings blickt ihr draußen alle doppelläufige schrottflinte aus dem aus dem hier obergeschoss fenster des nächstbesten hauses jeder was macht ihr lauft bonjour monsieur eine sehr schöne flinte da durch die ich vorschlagen sie nehmen die flinte runter ich schuze ich schubs dich hin und lauf es ertönt ein schuss wir proben hier nichts einem von euch streift irgendwie ein einzelnes schrotkorn an der wange aber es ist viel zu weit weg und der typ kann viel zu recht zielen dass das euch jetzt gerade gefährlich werden würde aber ihr nehmt vielleicht besser die beine er hat bevor er sich auf seinen zweiten lauf besinnt ich möchte noch meine mülltonnen brand setzen und so ihr seht am ende der straße eine gruppe sechs mannen petrolfarben und umhängen mit silbrig bronzen glänzenden masken aus dem nebel auf die terreine zuschreiten gerade als ihr in die nacht verschwindet und so ist dieser spezielle raubzug abgeschlossen nach einem kurzen cut denn sich durchaus viertel zu bewegen wenn die wohl hinkriegen so als gang die hier wohnt und ihr sitzt in basso basso im kohle lagerhaus der land blacks nicht im basso was das büro sondern in einem alten boiler raum in dem man euch immer noch geleistet hat und was so kommt er zieht sich gerade seinen seinen jackett an über seinen über seine hemd und die hosenträger kommt rein drückt euch ja dann ihr habt die kohle wenn ihr etwas abzweigen wollte vorher müsst ihr es jetzt ansagen ich glaube ich habe die kohle wie viel war es denn und blickt auf die säcke in der ecke liegen etwa zwölf coins ein bisschen mehr ein bisschen weniger wir haben nicht die zeit gehabt noch einmal genau zu zählen aber zwölf schuppen mama und papa müssen spendabel gewesen sein wir haben auch irgendetwas gehört von zwei was hatte der botte gesagt gehabt er hat den jungen herren und damen nahe gelegt ist nicht zu schnell zu verpassen ja wir dachten uns dass die jetzt gerade mit einem versorgt werden was noch kurz zur hand ist dass ich wissen auch die red sashes wo in der windwelt passt darauf erst mal er brückt sich hinab kraft dann nach und nach vier säcke und wirft jeden von euch an davon zu bis auf bis auf pool der offensichtlich verwunden ist ja also eure arbeit also sind muss ich vorstellen ein koin ist so ein kleiner so eine geldbörse voll mit silber münzen und es gibt jedem davon und euch an dazu her bitteschön für die arbeit und dann was darf ich ja zwei angebote für euch als erstes folgendes ihr behaltet die straße die ihr gerade der knut gehabt ich halte euch aus dem krieg raus wenn die ganze sache vorbei ist sind wir sind wir quitt ich habe noch ein deal für euch stelle nummer gut bezahlt leicht verdientes gold aber dann sind wir dann sitzen wir definitiv im selben boot und wie sieht es dann mit unserem gebiet aus darüber können wir reden wenn ihr diesen job gut machte ich bin mir sicher ihr würdet gern von der ecken gang zu einer straßen gang werden sehr vorteile exakt mehr zu hauen wie gut da kommt das war mit ja und hier geht mittlerweile hat der box kann das ist jetzt die halbe nacht vergangen plus minus die box kämpfe haben mittlerweile aufgehört ihr seht von basso basis büro aus und dass sie jetzt rein geht noch eine handvoll land blacks vielleicht sechs fun fact im ring die land blacks waren früher die gilde der der lateren national in der stadt die jetzt keinen job mehr haben sagt man auf elektrische beleuchtung gestellt ist nur so der interesse halber ist wie gesagt hier sind noch eine handvoll ein halbes dutzend vielleicht die unten in der in der kohlehalle sitzen auf umgedrehten kisten und einer schnappsflasche herumgehen lassen und basso halt der jetzt aus seinem kabinett an der seite seines büros ein tablett mit gläsern herausstellt und jedem von euch einen whisky eingießt hier nehmen das mal gab es euch verdient gute männer so recht schwer zu finden um die zeit und riebe hier ein 1935er gelagert in einem barrik was nicht war tatsächlich ja sie haben auch welche die aus brandy fässern sind aber werde dann bin ich mit der hand aber schön endlich mal jemand zu treffen dass ich auf die freundlichen dinge versteht aber natürlich man muss seinen gaumen immer in schach halten er gießt sich selbst noch ein glas an stelle in den decanter weg oder die guten nachrichten ist wir haben die gray snakes mittlerweile auch auf unserer seite was nicht so einfach war na gut was ein paar gebrochene kniescheiben nicht rechnen können ein einziger einzige dorn im auge ist noch 11 isenborn und seine wilden nordmänner je nachdem wie die sich positionieren können wir den grinders verlieren und dann dann verliehen wir die docks aber das nicht euer problem trinkt erstmal post er zieht tatsächlich sein ganzes glas mit einmal weg ihr könnt ich weiß nicht wie ihr trinkt das ganze auch weil es ist gut zu wissen welcher wo steht er blickt euch noch erblickt dann erst nachher waren das zeug soll eigentlich teuer sein was dann das zeug ist teuer ihr soll das eigentlich genießen weil ich wieder zurück das ist das ist vergiftet was du sein war er dein kontakt nein nein ich bin nur paranoid ergiftet also wahrhaftig pool ich war ich sehe ich aus wie mal drüben in der red sash academy ich bin ein ehrlicher mann hätte ich umbringen wollte würde ich selber tun also mir jemanden hinschicken du willst mich umbringen er möchte nicht dergleichen aber wohl wenn du das nicht mehr trinken magst ich trinke es gerne für er soll er sagt es einmal kock check an ich weiß nicht wenn ich heutzutage rumtreibst aber du wolltest ja mit dem knie schwierig ja naja weißt du noch damals vor lockpott also diesen munker ausgenommen haben also was du weißt doch offiziell kann ich da immer ganz nichts sagen das war noch zeiten so gibt es doch mehr welcher doch er schiebt der puls glas hin und dankeschön gut passt auf ganz einfacher job ich kenne jemanden der jemanden kennt der mir etwas besorgen kann was ist gerade nicht wichtig aber wenn ihr die übergabe machen könnte welchen sagt man dafür dass die hast du jungs auf der anderen viertel seite nicht drauf kommen dass was wir das eigentlich kaufen ich gebe mir ein paar tage ich nenne euch in zeit und nord und ihr macht es einfach ihr geht hin eben gibt das geld im bericht mir die wahl vielleicht wenn ihr das geld nicht war ein kopf springt herum das klingt in der nach einer guten möglichkeit hey tony der verarscht uns doch das ist eine falle aber warum sollte er uns verarschen wir haben gerade einen guten job gemacht für ihn nicht da ich hab das so eine nase ich glaube wohl will nur nicht weil er das nicht mehr packt weil er jetzt so angeschlagen ist er blickt bei solchen angeboten definitiv jack an nicht unbedingt als verhandlungsführer der gang aber halt als der jenigen von dem am meisten verständnis erwartet pass auf ich mag euch ihr könnt jetzt aus der sache nach aussteigen erwartet eure ecke wir halten euch aus dem banden krieger aus fertig sind wir also post was meinst du also ein bisschen mehr geld also ich bin immer ein bisschen klamm und ich kann das schon verstehen wenn wir mehr geld sind dann könnten wir unser glückseiser aborten uns leisten und ja nicht mehr in diesen baracken wohnen das wäre schon sehr schön ich bringe die post bei mir regnet es auch schon wieder rein und das kann nicht sein nein 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 da müssen wir etwas machen ich denke wir sollten auf das angebot eingehen aber natürlich muss ich auch fragen was die anderen dazu denken sei was meinst du der auftrag klingt nicht schwer aber dann sind wir im krieg dann habt ihr euch auf jeden fall positioniert und krieg ist gut da gibst du mir köpfe zu kloppen durch das ein definitives jahr und die rasche sehr gut denn pro format cool was meinst du ja wie gesagt ich weiß nicht ich vertraue niemandem ja aber mir vertraust du doch oder ich liebe dich man aber ich vertraue dich nicht na gut das muss mir reichen also wir machen es wie meinst du liebst ihn hermann erst mal ein bruder und so wunderbar er geht er klopft ihr auf die schulter als an der vorbei geht geht dann aber zu zu anton der mit den den signierten gang boss ist und erreichte die hand und wenn du sie nimmst zieht er dich noch aus dem sitz raus und zieht dich in eine umarmung mit sich und dann sitzen wir jetzt im selben bord die stelle flüster danach zu oder schwimmen hinterher und ich hoffe nicht lüstere ich wer nicht mag der nicht gewinnt geld mal nach hause verpasst euer geld ich schicke euch jemanden sobald ich in die lang gefilter dabei und so könnt ihr einmal mehr in die nacht entschwinden in vielleicht in eurer eigenen unterkünfte jeweils vielleicht auch in die sagen wir mal ausgebrannte kneipe die einen unterstupf nennt wir kommen jetzt in den dritten das spiel ist unsere gruppen drei bereiche abgeteilt wir haben gerade den raubzug hinter uns jetzt kommt die downtime das ist einfach zeit die ihr habt um eure ziele zu verfolgen um eure wunden zu lecken um euer geld zu verpassen und zwar ist es so jeder von euch was im regelwerk blättern damit ich gleich nicht jeder von euch hat zwei sogenannte downtime actions die sind relativ variiert eigentlich aber für euch sind vermutlich zwei gerade von interesse der erste ist recover also heilen so könnt ihr versuchen euren hahn zu holen und die zweite ist ihr könnt eurem laster nachgehen also in das heißt es hier im regelwerk wenn eurem laster nachgeht dann wer dir stress abbauen ihr könnt es natürlich auch übertreiben je nachdem wie das warum das da aussieht am ende überdosieren oder sonst irgendwas dann passieren schlimme dinge aber tun wir mal nicht so wie viel stress geht dann runter von alleine gar nichts wenn man dem das danach geht wenn deinem laster nach jetzt würfelst du dein niedrigstes attribut also ein attribut ist in ihr powers inside und resolve also erst noch deutsche motive erkennen und die anderen du weißt was ich meine die vier blöcke du wirst ein niedriges attribut und halst so viel stress wie der höchste würfelwurf anzeigt wenn du mehr würfelst als du stress hast über du siehst du aber da reden wir darüber wenn es passiert ok das ist möglich ich habe vier stress nur ihr könnt ihr habt wie gesagt ihr habt zwei downtime actions normalerweise würde eure gang an sich eure gang hat nämlich auch ein eigener charakterbogen würde jetzt reputation ansammeln und ihr habt alle kommen bekommen und zwar insgesamt vier stück tun wir so als wären die in dem pool ja das was red kommen wir das moment lang tun wir so als hätte jeder von euch einen cohen bekommen die er ausgeben kann wie er will ihr könnt für jeweils ein rep die ihr nicht habt weil wir das kann ausklammern oder für einen coin entsprechend eine weitere downtime action bekommen so wir haben eure downtime actions also was im grunde macht die zwei downtime actions die er nach jedem nach jedem heraufzug bekommt sind im grunde die zeit die er nicht dafür aufbringt um eurem naja euren lebens unterhalt zu verdienen in diesem fall also eine gang zu sein leute auszupressen wie auch immer das sind nur drei vier tage das kann natürlich auch mehr sein wenn es der plot verlangt ist nicht so wichtig punkt ist ihr bekommt immer zwei aus der e gibt entweder reputation oder geld dafür aus um mehr zu erhalten fangen wir oben bei pool an pool du möchtest deinem laster nachgeben und zwar bist du paranoid und ein bisschen besessen davon verraten zu werden er oder in diesem fall hat vermutlich nicht verraten zu werden entsprechend verwendest du deine zeit darauf nachforschung über basso bars eurem derzeitigen auftraggeber und naja so wie es klingt und wenn es nach anton und jack geht bald euren boss auszugehen sowie aufzuwenden du würfelst dafür der niedrigstes attribut das hast du in diesem fall getan dass die brau ist du hast deine zwei gewürfelt du darfst also zwei stress aus deiner leiste streichen ebenso weil es in der fiktion sinn macht habe ich dir ein paar sachen über basso was erzählt er ist man sagt über ihn dass er genauso skrupellos wie temperamentvoll ist und dass er ganz gerne mal an leuten die im krumm kommen exempel statuiert ebenso hast du herausgefunden mit einem wenn ein wenig wohl platzierten geld und noch viel mehr wohl platzierten bieren dass er zu jener tag und nacht zeit wann auch immer selbst wenn er sonst nichts trägt haben immer einen anhänger trägt mit einem symbol eines zerbrochenen kruges daran was das bedeutet kann er allerdings niemand sagen und du selbst kannst ja auch keinen reib darauf machen kommen wir zu du hast noch einen downtime action über die wir gleich sprechen ja kommen wir zu usher du möchtest auch deinem laster nachgehen erzähl uns doch was es ist ist natürlich das glücksspiel wetten auf allen möglichen sachen auf boxer rundekämpfe wie auch mal okay du hast jetzt du willst ebenfalls auf den niedriges attribut du würdest eine fünf die fünf würden in diesem fall bedeuten dass du fünf stress aus deiner leichte streichen darfst aber du hast noch vier stress und das bedeutet du hast jetzt unspezifisch über dosiert du hast es einfach mit einem laster übertrieben als glücksspieler was hat mir für wahrscheinlich sagen wir da war dieser eine hund er hatte einen echt guten lauf in der arena und du kannst dir nicht erklären warum du hast echt viel geld auf ihn gesetzt und irgendwie ist er an ist ein finale absolut verreckt du witterst betrug aber du kannst es natürlich nicht beweisen aber ich würde sagen ein coin also der eine konnte nur verdient hast ist weg ist das ist das annehmen bau da hast du eine bessere jahre ist völlig super wie gewonnen so zählen als nächstes sind wir bei kelia war ein kaffee die ebenso stresser ball of inside wie viel stress hattest du dachte ich mir das kann man gerne mal riskieren du verbringst einen sehr entspannten tag damit bei deinem bevorzugten schneider wer ist das noch gleich dann rich and sons aber ich würde eventuell auch mich noch mit an trance zusammen tun denn ja so was unsere freizeitaktivitäten geht haben wir doch aus was gemeinsam vielleicht nimmst du ihn ja mit warten wir mal auf mein wurf ab die das nehme ich auch an und da möchte auch stress abbauen ja das ist wichtig dann stress ist so ein bisschen stress ist das was euch von den gewöhnlichen straßengangstern absetzt ich den stress erlaubt euch erlaubt euch dinge zu überstehen die normale leute abpacken würden ich will shoppen gehen ok 6 wie viel stress hast du hier auch dann übertreibst du es kaufen nicht nur den anzug sondern auch eine fantastische flasche wein großartigen käse am ende ist mein kohlen weg einerseits ist das ein bisschen langweilig ich habe es bei escher ja schon gemacht andererseits ist die naheliegendste konsequenz und ich kann mich hat nicht langzeitenmäßig was aufdrücken und der anderen war dass wir noch in einen score machen dieser in dieser einmal sitzung brauche ich euch nicht irgendwie sagen ja euer euer dieter will euch nicht mehr bedienen oder sonst was kann ich ja kann ich auch verschulden und ja ich wir wollen wir bleiben diesem fall halt bei der einfachen konsequenz und sagen ein kohlen ist weg du bist leicht sagen wir leicht blamiert als er dann mit dir zusammen bei deinem lieblingsschneider dann red and suns in night market drüben sogar steht er hat die gleiche schuhe wie du gekauft ja auch aber vor allem bist du halt blamiert als der auffällt dass er nicht so ganz zahlen kann oder den rest vorstrecken muss er sich genug um wirklich an deiner finanzen zu greifen aber wer solche freunde hier rein bringt ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht versuch das großspurig zu überspielen und er hat sich dann beantworten ein und meint ich verstehe das völlig du musstest das kaufen aber ja ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen tag so kann es immer sein nicht wahr auf eine glorreiche zukunft auf eine glorreiche zukunft gut jeder von euch hat einer seiner downtime actions aufgewendet um stress abzubauen das war für euch alle relativ erfolgreich möchte ich mal annehmen jeder von euch hat jetzt noch eine oder wenn ihr geld dafür ausgeben wollt vielleicht auch noch zwei gehen wir einfach noch mal von oben nach unten durch puh was tust du sonst noch so ja also du könntest natürlich du kannst schaden bekommen kann ich den kann ich den durch meinen arzt weiter vermindern oder haben wir schon getan dann physiker würde definitiv dabei helfen das müsstest du noch machen alternativ wenn du interessiert bist könntest du natürlich der bedeutung dieses dieses anhängers den was so was trägt nachforschen das dann also ja doch wenn das interessant sein könnte klar dann wenn ich da die verbindungen ziehen kann ich denke dies ist wieder ein wurf entweder auf study oder auf concert es ist wieder gerne information also ein fortune roll schauen wir mal was der haus ziehen kannst fortune ja fortune einfach das schlimmste was passieren kann ist dass du nichts erfährst du hast du wenig erfährst und es gibt keine konsequenzen einfach nur um zu proben wie gut etwas läuft das nicht gefährlich ist wenn du dann wenn du deinen den skill an klickst bei der position entweder study oder concert ich denke je nachdem und dort ja dann mache ich kommst du entweder im wunderschön möchtest forscher position kasse fortune anhaken ja jetzt ist jetzt richtig das ist die fünf es offenbart ihr nicht alles aber zumindest ein gutes bisschen du findest heraus dass dieses gebrochene dieser gebrochene krug das symbol des des mt wessels des leeren gefäßes ist keiner der vergessenen götter aus der grauen vorzeit was so war es scheint da einem kult zu gehören zumindest eine religiöse vermindern zu haben dies ist insofern bemerkenswert als dass die meisten leute die es nicht haben die götter haben die welt vor langer zeit im stich gelassen und nun wer ihn noch anhängt ist vermutlich ein nahe ich würde diese erkenntnisse genauso weiter an toni und das andere team dann zusammentragen wenn man dann irgendwann bei seinem sitzt kein problem du hast noch ein coin möchtest du für den eine zusätzliche downtime action kaufen ok du behältst das geld dann behältst du natürlich auch den harm den du hast ok gehen wir in der liste weiter runter wer wäre der nächste im bunde das wäre erscher das ist du mit einer zweiten nation zu ich würde probieren haben abzubauen also entspannen bei jack und schnorren und sonst wie gut gehen lassen war und lass mich ein oder zwei kleine erklärungen abgeben normalerweise würdet ihr darauf würfeln um haben abzubauen und wie viele würfel ihr bekämpft wäre die frage wie gut euer arzt ist aber überhaupt einen arzt habt etc etc dass hier ein one shot hat und ich euch nicht unnötig in den länge ziehen will dann sage ich mal so wenn ihr einen arzt kennt könnt ihr nur für die downtime action einen harm abbauen okay kein problem das mache ich wenn ihr keinen arzt kennt pool kennt einen aber der kennt euch nicht oder ist zumindest nicht euer freund er würde also ein korn von euch nehmen für die behandlung hast du noch einen korn den ausgeben kannst nein ich bin auch gerade aus dem glücksspiel möchtest du sonst etwas tun nur einfach nur bei jack abhängen wir so rum schnurren gehen wir sagen wir machen wir so ich mich zieht das jetzt aus dem ärmel wie gesagt normalerweise wäre es ein bisschen komplizierter aber wir haben nicht gezahlt und nicht in bock du würfelst mir einen w6 wenn du dann gerne fünf oder eine sechs würfelst darfst du einen darfst du einen stufe harm heilen das klingt ja versucht sich zu entspannen aber diese leichte summen in deinem schädel und der leichte stechende schmerz gehen einfach nicht weg denken ist manchmal ziemlich schwer glückes denken nicht das wofür du hier bist und die nächste im bunde ist die gute fähig was hast du noch so vor du schwimmst im geld wenn ich mich täuschen ja das ist richtig aber ich habe ja auch schon einiges verpulvert und mich gut amüsiert ich würde versuchen mich doch noch irgendwie nützlich zu machen und zwar möchte ich mir gerne die unterstützung von jack holen und die spuren verwischen die möglicherweise auf uns zurück verweisen könnten und zwar habe ich mir dafür einen plan überlegt denn die red sashes und die lamp blacks sammeln ja aktuell alle verbündete und ich würde mir irgendeinen verbündeten der red sashes raussuchen bei dem es plausibel klingt und den ich nicht besonders leiden kann und würde einfach mal so in den gassen das gerücht streuen dass die aufgrund der insider infos die sie von den red sashes haben die gelegenheit ergriffen haben und sie um eine erkleckliche menge geld erleichtert haben finde ich gut finde ich gut normalerweise in regeln würde ich es vermutlich so abhandeln darfst du damit die die heat die aufmerksamkeit die eure crew auf sich zieht reduzieren könntest wir haben eure crew hier also auch ein gang explizit mal ausgeklammert weil wenn ein monge sind entsprechend findet das nicht statt sagen einfach du tust es und wenn es irgendwie im weiteren verlauf relevant wird kannst mich gerne darauf hinweisen ok dass du dass du entsprechende vorkehrungen getroffen hast